Hallo, willkommen zu Ikarus! Ich habe gerade erst mal gegessen und habe noch ein bisschen Dinge geformt. Da haben wir unsere Werkbank. Ja, das wird die nicht. Mh, 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 mh. Wir werden jetzt erst mal schauen, was können wir noch herstellen. Pfeile werden bestimmt noch was. Können wir uns den Biss anbogen? Das ist so schwer, der Wolf. Ja, genau. Ich bin ziemlich sicher, dass ich schon wieder einen Bären oder so gehört habe. Natürlich. Ich bin ziemlich sicher. Ich bin ziemlich sicher. Ich bin ziemlich sicher. ScheißFiech! Eine Wildsau. Eine Wildsau ist da. Also Bären sind da schon ein bisschen Probleme. Das ist schon ein bisschen nervig irgendwie. Genau wir brauchen Eisen. Das war's. Müssen wir Eisenformen gehen. Büffel okay. Büffel ist mir egal. Okay. Oh das ist kaputt. Dann werden wir jetzt ganz rohe Fleisch um einhauen. Schauen wir das wir bis zum Bogen machen können. Und dann machen wir uns auf zur Suche nach einer Höhle. Suche Problem. Das. 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 Nein. Holz herun. Wir haben ja fast kein Holz mehr schon wieder. Das ist wieder sehr blöd gelaufen. Jetzt. Das. 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 Was kommt da jetzt daher? Was kommt jetzt da daher? Nix, okay. Gut, den können wir bauen. Wir brauchen den wahrscheinlich nicht. Wir brauchen den dann. Natürlich erstmal wieder nervig, aber... Da haben wir nochmal einen Trinkschlauch. Vorerst mal... Da haben wir das da hin. Das, 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 das. Das, das, das. Das ist gemeiner da. Jetzt den wir da aufhören. Da her. Den wir da oben. Können wir doch schon wieder Pfeile machen. Ist ja gut für uns, dass wir so viele Pfeile machen können. Dann gehen wir mal da oben. Hoffen wir, dass da unten irgendwo... eine Höhle ist. Drei Büffel, das ist schon echt cool. Im Gegensatz zu, wo das erste Ohren nur durchstehen, da sind inzwischen stehen einfach drei Büffel da so rum. Und sie laufen dann nicht ins den Weg. Das ist halt auch sowas. Das macht schon echt fei aus. Hier waren Wasserfälle. Schauen wir mal da oben. Ob da... Dinge haben. Irgendwo eine Höhle ist. Schauen wir jetzt erstmal, ob da irgendwie... Zwiegister Wolf. Shit. Ja. Ich muss ihn eigentlich schon mal irgendwie singen. Schauen wir mal das Licht an. Ich hab der so wie gesehen. Ich hab der so wie gesehen. Ja. Ich hab der so wie gesehen. Der liegt irgendwo da unten im Wasser. Schaut auf einmal über den Enoch Hülle aus. Mach mal schnell den Wolf hier und dann schauen wir weiter. Was ist denn du jetzt zu mir? Oder nicht nur einer? Schaut mal kurz. Hä? Die Ding zählt auch? LOL das zählt der Ding zählt aus dem Bett. Der Schlafsack. Das ist ja interessant. Das ist natürlich praktisch. Wenn man sich die alte dumme Bank nicht bauen. Wenn das zählt. Äh, ich los auch auf euch. Sonst zeigt sich ja nichts. Äh, da wird da irgendwo eine Hülle sein. Da wird da bestimmt eine Hülle herum sein. Oder nicht? Ja. Ja klar ist da eine Hülle. So, dann gehen wir langsam rein. Oder Nexotics. Das sind Exotics. 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 Hello. Okay. Und dann haben wir eckle, äh, Eisen abbauen. Ich würde das Exotics zeigen noch stehen lassen. Weil mit anderen kriegen wir vielleicht mehr raus. Also mit einer Bissern Spitzhocke. Und dann würde ich fast sagen, wir gehen fast auf den Stahl Spitzhocke. Ich habe jetzt die letzte Zeit aber echt viel mehr gefunden. Wie gesagt so zuvor. Ist auch krass. Eigentlich. Mhm. 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 Ja. Stimmt. Die Josep habe ich auch dritter Ding nehmen. Also wir müssen auf alle Fälle nochmal zurück gehen. Zum Dropship. Eigentlich. Ich weiß nicht warum ich den nicht rauszutue. Ich weiß nicht warum ich den nicht rauszutue. Aber ich habe es auf alle Fälle jetzt schon öfters realisiert. Bei Nice Dings ist der immer im Dropship drin und immer im Inventar direkt. Ich weiß nicht warum. Ich glaube seit dem letzten Update von letzter Woche oder so. Haben sie es anscheinend geändert. Was ich nicht so ganz verstehe. So. Mehr. Wir haben erst 68. 68 haben wir erst. Kommt mal auf alle Fälle. Jetzt habe ich keinen Stor. Ich weiß mich wie vorher schon. Jetzt habe ich keinen Stor also mit dem. Wäre schon lange nicht mehr. Dass man kein Pein von meinem Spitzhack kaputt getwiegen ist. Ich habe keinen Stor dabei gehabt. das wird mal liegen lassen du hast echt immer wenn ich zwei gerät gefühlt wenn man lassen sich dinge so ja jetzt gibt es da es ist so wird aber es ist halt einfach so kann man nur so auf den schuldigen aber es ist halt einfach das sind nur so und ich appreciate echt das dass so viele leid jetzt hat beziehungsweise dass immer mehr dazu kommen wenn es euch gefallen lasst gerne einen like da lasst gerne einen commi da ich bin um jedes ding froh und die antwort eigentlich auch auf alles was mir unter das video geschrieben wird dem herr lasst gerne da wo ist jetzt da wieder also eisenspitze machen auf alle fälle was hier mit stahl ammann wasser dass die exotik so sehr schwach und deswegen ist es jetzt nicht mehr ich verbrauchen einfach bloß übel für ihre gewichtskapazität wir müssen das doch an also ist das nicht so die tragik da jetzt hier oder so daher schwieriger ist der schon wieder so was klar der soviel noch nie in stimmung fast 300 100 weißt du was wir können jetzt denn alles bauen glaube ich 150 80 brauchen wir schon mal für den jahr das ganze hier das ist auf der Falle vielleicht irgendwo noch hier ich hab mir und hört es wahrscheinlich so bei uns drum Ok, ich muss jetzt kurz ausmachen, weil sonst sekt er uns, glaube ich. Dunkel habe ich jetzt nicht so Lust gegen einen Bären zum Kämpfen. Muss jetzt mal ehrlich sein, büffel, büffel, ne. Ja, und das so. Schaut auch noch büffel aus, ne. Ja, schaut gut aus. Darum ist mir nicht so schön. Schön, schön, schön. Können wir da ganz hinruhen in unser Feldlager. Gehen wir kurz ins Bett. Jetzt wird er gleich heller draußen. So, also das können wir gleich essen. Lass den mal um. Püppel. Püppeln. Ich habe mir ein bisschen den Klee schon eingehauen. So. Hey, so. Jetzt brauchen wir, jetzt brauchen wir jetzt 80 Stuhl brauchen wir. Achtzig Stein brauchen wir. Wenn wir jetzt nicht überall wo wir hinkommen, kommen ja natürlich die Viecher auch irgendwie hin. Aber wenn ich da jetzt den Ding so weg tue, dann sehten sie nicht so leicht da, wenn wir da oben hinkommen. So. 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 weg damit. So, dann werden wir da vorne noch im zweiten Ding hier sitzen. Dann brauchen wir noch eine Kräuterkundebank. Da ist die. Ich mache natürlich auch gleich mal schon. Anbaufläche, wir warnen die jetzt gleich und die waren da drin. Schwefel brauchen wir dafür, okay. Ich habe auch noch nie gemacht die Kräuterkundebank. Ich habe noch nicht mehr ausgebaut. Im Moment kann man nichts dran machen, weil ohne Rezepte wird das schwierig. So, ich mache mir nebenbei mal die Anbaufläche. Die werden wir gleich weg von euch. So, einmal Anbaufläche. Den Regensammler gönne ich ja nicht. Wenn noch direkt ins Wasser ist, aber Regensammler ist einfach besser. Ist einfach so. Was sowieso irgendwann auf Dauer brauchst du ihn dann zum Gießen. also. Süderle. Küchenbank ist ja das nächste Problem. So, ne. Küchenbank. Brauchen wir doch eigentlich. Brauchen wir doch. Brauchen wir doch das? Muss man direkt schauen. Dann müssen wir die in den Köln. Dann brauchen wir eine Bearbeitungsbank. Und die Holzzimmerbank brauchen wir. Können wir die Zimmerbank schon machen? Wahrscheinlich nicht, gell. Gut, dass ich Kopfhör mitgenommen habe. Aber das reicht nicht scheiße. Ich habe bis 20 dabei, gell. Shit. Shit, 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 shit. Jetzt bin ich Kopfhör mitgenommen. Da bin ich ein bisschen... Oh, da muss ich mir doch gar nichts mehr eigentlich. Welche Wunder. Äh, ich bin da. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Da haben wir nur mehr Kupfer. Da brauchen wir noch mehr Kupfer. Eigentlich weiß ich aber überhaupt nicht, ob da überhaupt nur Kupfer war. Was ist die los, Alter? Was würde ich so ausmachen, wenn ich die nicht mit dem Ding mache? Jetzt haben wir was da dabei, ja. So, jetzt kann ich mir, glaube ich, ausmachen, ne? Wenn wir nicht die ganze Zeit da nicht gut die Fackel verbrauchen. Jetzt schauen wir noch mal um mich, schauen wir noch mal in die Höhle auf, und ob da noch mehr Kupfer ist. Weil das ist schon ein bisschen kacke, wenn da... Das ist schon ein bisschen doof jetzt. Der wird doch dann ein Schnur-Kupfer-Ding sein. Oder nicht? So, Hirsch. Da ist wirklich nichts da herum. Schaut nicht so aus, ne, ne. Gehen wir gleich da rauf. Ich... 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 Wenn wir nicht lange rum scheißen. Das machen wir jetzt einfach schnell. So. Oh, da ist noch Eisen, schau her. Und da ist noch Kupfer. Da ist noch Kupfer. Ich hoffe, dass wir nicht nur mehr brauchen dann. Wir sind jetzt wirklich kritisch langsam. Das ist Titan, Gold brauchen wir nicht. Mal brauchen wir Gold nicht. Das Eisen können wir noch nicht nehmen. Das Eisen können wir noch nicht nehmen. So. Also, ich entlasse jetzt ganz kurz. Mich sehen wir uns gleich wieder. Äh, ich mach bloß ein kurzes Gipfweg am Zeigschmelzen. Weil das dauert jetzt ein paar Sekunden. Also, bis gleich. So, jetzt sind wir mittendrin eigentlich. Ich hab so viel vergessen, dass ich euch wieder dazuschalte. Aber jetzt hat es wieder da. Jetzt sind wir wieder weiter. Okay. Also. Also. Ich habe dazuschalte Zimmermann... Zim... Zimmermanns Bank gebaut. Äh, brauchen wir noch zwei Seile. Und dann brauchen wir noch Epoxid. Epoxid. Ich brauche mehr. Aber das ist da einer. Das ist da einer. Das ist da einer. Das ist da einer. Äh. So. Was ist denn da oben? Okay. Wir brauchen ja... Knochen brauchen wir. Knochen brauchen wir. Müssen wir sowieso zum Trinken runter. Ich hab vorher was lustiges eigentlich gesehen. Mit ihm du los. Oh. Bitte, dass er nicht mehr als die Ohr da ist. Ja toll. Wann ich sing? Das ist ja immer nicht slow, das geht. Dummer Pisser, ey da. Sch�. Wann ich bin. Du musst ran. Wann ich mich passt? Okay. Ich hab noch so was. Du bist gar nicht. Du bist ja nicht. Wie du bist. Wann ich teils? Ja. Wann ich? Wann ich? Ja. So, da hat zwei Büffel am Ding. Kommt es da weiter oder hängt es da an am Holz? One shot, one kill. So, irgendwas ist. mehr bloß wieder die Knochen reisen Servus So ranme du die kleine Sau hier So dann gehts wieder zurück Gas Wir haben nichts getrunken Das war fatal gewesen Ich weiß gerade gar nicht was wir noch brauchen Anzeige für das Ding Für die nächsten Sachen Aber jetzt brauchen wir erstmal Brauchen wir 16 noch brauchen Oder 4x4 16 Ja 4x4 16 Ja 10 Sekunden 10 Sekunden Perfekt so Ja Jetzt fehlt uns der Stuhl Weil irgendwo eine dort Stuhl Oder mal Stuhl Ja Ja Wie brauchen wir dieses hier Aber ich weiß nicht wie oft Machen wir einfach mal 10 Machen wir einfach mal 10 Jetzt schmeißen wir den irgendwo her Bisschen Glück Muss man da haben Gell Mit den Kupfer Aber mach das mal Brauchen wir da jetzt nur Eisen Eisen haben wir auch Können wir ausschalten Eisens haben wir auch Dann stellen wir gleich mal da einer Dann stellen wir das da einer Oh Hansen Oh 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 So Wie bitte Oh ja jetzt soll ich Pissei Ja Solche Pissei Wir brauchen noch viel mehr Eisen Den müssten wir noch bauen Den müssten wir noch bauen Den müssten wir bauen Solche Pissei Wie brauchen wir das und das Ich kann jetzt erstmal die bauen Weil das haben wir glaube ich da So Da ist schon wieder irgendwas Bier unterwegs Bämbämbäm Bämbäm Bämbäm Wetter soll ich das falsch aussehen oder Ja Halt's mir herren Denkst du das alles kann nicht schlechter werden Denkst du auch einmal so alles kann nicht schlechter werden Denkst du auch einmal so alles kann nicht schlechter werden So So und dann maximal Ich glaube sowieso auch wieder nicht Brauchen wir nur dafür 20 Epoxid Die 3er Schwert nicht reichen Haben wir irgendwo noch Knochen Kann nur 4 Das wird nicht reichen Das wird nicht reichen 15 Ikone herstellen Das reicht überhaupt nicht Das reicht hinten und vorne nicht Das reicht hinten und vorne nicht Das reicht hinten und vorne nicht Okay Können wir nichts ändern Und schon meistens dann Morgen nur eine Folge auch nicht Aber morgen werden wir dann fertig weil Ja pfff Das nervt mich schon wieder jetzt Dass ich das auch wieder alles machen muss Hm Was war's mit dem jetzt noch kurz Letztens mal ganz kurz trotz Immer noch mal kurz schauen wie Knochen Ich überlege gerade Dämmabüffel jetzt killen oder nicht Was ist denn du da Bist du Watcher oder was Bist du Watcher oder was Schaust aus hier So Reicht wenigstens mal für das Ohrne Dann sehen wir ob's wenigstens das ist Kann sein dass es ganz anders ist aber Ich bin mir ziemlich sicher eigentlich Was ist das damit meinten Äh Äh Ah ja Oh Epoxy Brommer Bium 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 Das wäre wieder sehr lange Ein sehr langes Getue mit der Story So Küchenfläche Ich hoffe dass das das ist Was ich wollen Weiß nämlich nicht Ja das ist das ok Brotteig Gebäck Eingelegte Karotten Mehl Mehl Haben wir Mehl überhaupt freigeschalten Schau ja Haben wir das Haben wir nicht Hier haben wir Wir haben Wo war jetzt Haben wir doch irgendwo Weizen rumsteckt Oder So wie ich nicht gekämpft habe So So Bleibs mir noch ganz kurz dran Ich habe jetzt einfach 250 Weizen 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 Loll Leute Ist das crazy wenn du uns mit dem abbaust Oder Hä Oh Wir brauchen eine Hilfe Ahnung Hilfe Wären wir mit dem bestimmt auch abbauen können So Können wir auch nicht finden Ich muss doch auch irgendwo stehen sehen Ich habe noch da irgendwo stehen gehabt Ich habe noch da irgendwo stehen gehabt Ich habe noch da irgendwo stehen gehabt Ich bin mir ziemlich sicher Das was ich immer abschmeiß weil ich es eigentlich nicht brauche Hä He 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 Da kann man wieder nirgends keine Ato sagen Ich weiß not wie ich das da unten wie sehen kann das Ziel Was auch immer das ist Du, ich möchte dir eigentlich nichts besser, ich möchte bloß deine Knochen. Du kannst es mir natürlich auch so geben, wenn das geht, aber es entwickelt sich glaube ich ein bisschen schwieriger. Also einfach starten und nicht wehren. Hey. Ah, ein Zipfelsektor. Ich muss dir da wieder nachher schleichen. Von mir kommt ja von da, weißt du. Dann kommt die Zipfel da von mir her. Da haben wir noch Hilfe. Haben wir doch nicht irgendwo noch Hilfe gehabt, bestimmt. Die hast du immer irgendwo um die Rund um. Diese Standarddinge. Die werde ich jetzt noch finden. Gibt es ja nicht. Da braucht bestimmt irgendwo Hilfe. Bestimmt haben wir wieder irgendwo. Da war es wieder zu blöd, dass ich es finde. Oder sehe ich. Und jetzt fahren wir los. Hallo. Bitte nicht legen. Danke. Danke. Ich höre ich gar nichts für. Die braucht bloß eine Hilfe, wo da irgendwo wahrscheinlich ist. Hilfe. Hallo. Ich bin doch verarschen jetzt, oder? Immer ist diese irgendwo. Diese Scheiße. Und jetzt wenn du es einmal brauchst, findest du es nicht, oder was? Ah, legt es mich doch. Legt mich doch. Legt mich doch ein Puppes. Geht jetzt wieder zurück in den Buden rein. Da sind wir zu Nose raus. Ja gut. Dann machen wir noch nichts mehr weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns aber doch einen Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. HWDRD. Links geht es wie immer zum letzten Upload. Links unten zur Playlist. Und rechts zum Kanal. Also. Ciao. Ciao.